Gut, mach mal rein, ne? Den ganzen Tag nur fernzusehen und nicht mehr vor die Tür zu gehen Denn fernzusehen bildet, bildest du dir ein Wer Bildung will, die man auch braucht Der lässt die Glotze auch mal aus und öffnet seine Augen Geht selbst mal aus dem Haus Es wär so schön, ein Mensch zu sein und nicht ein Konsument, nur nein Man wär ein Individuum und nicht nur Bildungsfernsehdum Oh ja, wär das schön, oh ja, wär das schön Mal einen Tag nicht fernzusehen, stattdessen vor die Tür zu gehen Dann könnte es vielleicht geschehen, dass wir die Welt mit eigenen Augen sind Oh ja, wär das schön, oh ja, wär das schön Mal einen Tag nicht fernzusehen, dann könnte es vielleicht geschehen Dass wir mit eigenen Augen sind, warum sie wollen, dass wir Fernsehen sehen Aber im últimos Sommer Ah ja, wär das schön, würde scherm even